Na, willkommen zurück zu Eko. Diesmal alleine. Wie gesagt, ich baue mich hier ein bisschen weiter jetzt auf, bis wo Virax so kurze Zeit jetzt raus ist. Machen wir hier alleine weiter. Und schon geradig ins Stottern. Seht ihr irgendwo Otter? Ne, also. Aber jetzt. Holzfarben, das erscheint mir die klügste Aussicht. Ich hatte hier, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Folge noch drauf war, noch ein bisschen was gepflanzt. Noch mal im Nachhinein. Und jetzt werde ich ein paar weitere Kakteen fällen. Na, komm, komm, komm. Aber nicht auf mich. Mann. Gut, ich soll da noch weiter. Ich weiß schon, wo ich hier meine Biene baue. Ach, du Scheiße, hier ist ein Kakteenwald hier. Und da hat diese riesen Schlucht hier. Meine Güte. Ich gehe da jetzt noch nicht runter, das könnt ihr vergessen. Ich kann jetzt zwar keine Erfahrung jetzt gewinnen, aber ich brauche nur mal das Holz. Ich meine, ich will jetzt auch nicht schnell voranbrechen. Es geht halt wie es geht jetzt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo Viraxu und ich jetzt Echo aufgenommen hatte, da habe ich jetzt eine Zeit lang nichts mehr aufgenommen. Naja, dürfte eigentlich klar sein, warum. Wenn nicht, kann ich es doch mal gerne klären. Auf die Gefahr hin, dass das Video gesperrt wird, weil ich jetzt meine Meinung da sage. Weil das ist halt, ne, wegen, weil Artikel 13 ja beschlossen ist und wer weiß, was daraus wird. Anhand schon wegen des, allein schon wegen dem Upload-Filter. Was da jetzt, äh, alles gesperrt wird. Ich meine, sagen kann man vieles, aber was wird in Wirklichkeit passieren? Ne? Das weiß man nie. Das weiß keiner. So genau. Kann mir keiner erzählen, der hätte Ahnung von. Genau, macht ihr mal. Vielleicht sollte ich mal die Rüben mit mich reinpfeifen. Wobei sich jetzt, ich denke gerade, sich nur auf Wüste auszubreiten, das ist auch nicht gerade die Lösung. Denn, wenn ich irgendwo was auf, äh, wenn ich jetzt irgendwo Landwirtschaft betreiben möchte, wo ich bestimmte Sachen haben will, wie Weizen, da muss ich schon nochmal ins grüne Land. Zum Beispiel da drüben. Andererseits, ich kann es gerne probieren, hier was aufzubauen. Ich denke, es ist nicht mehr ganz so schlimm wie vorher, wie zu Anfang der Session. Aber, vereinzelt eben, ist doch schon still. Wie setzt sich das wieder in meine Bildschirm-Einstellung nicht zurück, dauernd. Das war nervig, ey. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich ein bisschen freier fühle, so jetzt wo die Axt, so. Immer da, das kann ich ja ein bisschen flexibler aufnehmen. Nichts gegen ihn jetzt, ne. Aber. Hm? Ja, das kann ich auch weghauen, siehst du. Und von selber pflanzen sich schon Kakteen ein. Und da drüben schon sieht diese kleinen Böppel da. Aber man kriegt Holzsparn für, wenn man die rausruppt. Sehr gut. Dennoch sollte ich immer stets bedenken, mein Inventar leer zu halten. Ah, hier geht es tatsächlich langsamer. Auf dem Server geht es tatsächlich langsamer, als in der privaten Welt. Alter. Und da. Obwohl die Erde hier, ey. Sechs Steinböcke. Was machen die halt hier? Und schon können wir die nächste in Auftrag geben. Oh ja, ich brauche noch weitaus mehr. Ja, was hab ich denn da vor? Ich hab elf mal elf jetzt hier so gerichtet. Ich bin doch doof, ey. Andererseits. Hat ja Vorteile. Da kann ich viel mehr aufbauen. Brauch nicht immer so kleine Reiten. Oh ja, ich fuß mal ein paar Begabenblätter. Aber vielleicht finde ich auch gleich die Motive dazu, was so gut zu laden. Wer weiß. Komm, run. Als ob man so schnell hier was ausruttet. Das haben wir letztens schon festgestellt. Vielleicht hätte ich auch zuerst Holz skillen sollen. Das Sammeln hat es gepasst auf dem Weg, seine Heimat zu finden. Ganz ruhig, was ist denn jetzt schon wieder? Nein, 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 nein. Das interessiert jetzt gerade nicht. Wann muss doch seine Stimme ausgeleiert sein, wenn er hier so ganze Zeit so rum blüht? Aber da kommt freudige Meldung. Die ist schon interessant. Die ist schon interessant. Mau, mau. Und ja, über die Wochen der Abstinenz von Echo habe ich eine neue Perle. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Lass es jetzt auch mal verarbeiten. Ja, wir müssen jetzt schon mal sehr. Ja, das ist das. Ja, wir müssen ja auch mal her. Da sind ja auch mal her. Und ja, da sind ja auch rad. Ja, wir müssen doch mal her. Ja, wir müssen doch mal. Ja, ich bin ja auch, weil ihr das noch mal. Vielen Dank. Achso, ich wollte doch meine Axt reparieren. So, aber dann kannst du auch weitergehen. Wollte ich dort vielleicht was anderes essen? Warte mal, irgendwann fettiges... Nee, Proteine brauche ich doch mehr. Nee, doch, ich brauche doch Fett. Hm, ich doof. Oh, jetzt kann ich aber kein Lagerdienst mehr bauen. Oh, 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 oh. Ich nehme ja schon mal hier was von. So. 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 Schöne Treppe. Ja genau. Ähm. Ja hallo, so war das jetzt aber nicht gedacht. Mein lieber Freund. Genau, danke. Wie war das denn? Wobei, hier fühl ich ein Fenster ein. Oh man, jetzt schon knapp 20 Minuten vorüber. Aber das gibt es noch nicht. Ja. 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 Na toll. Ja. 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 Ja.